Ich ziehe jetzt noch ein Stück ab. Nein, die Stürzer brauchen. Warte, warte, warte. So hoch zielen? Ah, der will überhaupt abholen. Ich hab ihn. Ich hab ihn jetzt eigentlich ganz klein. Ja, das ist auch beliebt. So oft kann ich, aber... Okay, also kann man einen Panzer, kann man nicht alleine steuern, sondern man braucht. So oft kann man einen Panzer. Hau ab hier! Hau ab! Hau ab! Du bist voll in den Händen wieder gefahren, Alter! Ich hab ihn weg! Hä? Da gibt's nur eine Treppe da unten. Oh, leider gibt's ja eine Treppe. Nein, wie geil ich dachte, Alter! Ich hab ihn weg. 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 Ich hab ihn weg! Objektiv Butter Hier ist halt wo wir dran sind Ich glaube wir haben einen Panzer aufgenommen Aus, aus Ja, ich glaube wir haben einen Panzer aufgenommen Ach, Schocken Oh, die Haube ist Ich bin jetzt auf der Seite. Ich bin jetzt auf der Seite. Hier ist keinemmer. Der ist da weiter, aber da unten. Da unten, da unten. Ich schieße euch nicht. Ich bin jetzt hier. Ich legge mich ab. Okay. Wie geil ist das denn? krass also mit dem ding kannst du ganz gut treffen ich kann sogar aus dem auto heraus mit dem flambe